Wiesbaden, seit 17. Januar fehlte von Anja aus Hessens Landeshauptstadt jede Spur. Die Polizei fahndete nach der 17-Jährigen, veröffentlichte ein Foto von Anja. Zuletzt gesehen wurde sie am Sonntagabend, 17. Januar. Möglicherweise war sie in Begleitung eines Angehörigen unterwegs. Nach 13 Tagen die erlösende Nachricht. Anja ist gefunden. Sie erschien am Samstagnachmittag mit ihrem Vater auf einem Wiesbadener Polizeirevier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017